Hans-Peter Lorenz, wie ist es denn der VG Vosi im Jahr 2022 ergangen? Sie haben ja gerade zusammen mit Herrn Karl-Heinz Rüdesser die Bilanz präsentiert. Ja, wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Wir hatten einen Bilanzgewinn von 6,37 Millionen Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, sondern den wir wieder reinvestiert haben für den Ankauf von Grundstücken bzw. für die Errichtung neuer Wohnanlagen. Insgesamt hat sich durch diesen Bilanzgewinn unsere Eigenkapitalsituation neuerlich verbessert. Wir haben insgesamt jetzt einen Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital von 35,1 Prozent oder in absoluten Zahlen gesprochen von 311 Millionen Euro. Und das ist, denke ich, sehr erfreulich, vor allem, weil es uns die Zukunft sichert und dass eine wesentliche Basis, ein wesentliches Standbein einer gemeinnützigen Bauvereinigung ist, dass sie eigenkapitalstark ist. Es konnten auch viele Projekte umgesetzt werden, ob das jetzt den Neubau angeht oder die Sanierung. Wenn Sie es gerade ansprechen, die Frage in diesen herausfordernden Zeiten, ob es jetzt um die Kostensteigerung in den Anlagen geht, wie es um die Kostensteigerung geht. Vielen Dank. Was ist geplant und wie sieht es mit dem Punkt Einsparungen möglich aus? Was ist geplant? Was ist geplant und wie sieht es mit dem Punkt Einsparungen möglich aus? Dann gibt es eine große Nachzahlung und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also hier unsere Möglichkeiten der Einsparung, die liefern wir, indem wir energetisch optimierte Gebäude liefern oder bauen, indem wir Sanierungen durchführen. Aber einsparen selber müssen dann die Bewohner schon selber. Darf man sich auch 2023 wieder auf neue Projekte freuen in dem Fall? Selbstverständlich, alle neuen Projekte sind energetisch hochwertig, haben im Regelfall Barrierefreiheit auf allen Ebenen und sind entsprechend den modernen Ansprüchen der Bewohner an das moderne Wohnen sozusagen.